hallo und herzlich willkommen zu mr luke zock pro cycling manager 2021 heute mit einem weiteren teil der karriere vom team kubeka assos wir kümmern uns heute zum einen um belgische klassiker wie zum beispiel e3 saxobank classic und dann noch um die letzten verbleibenden etappen bei der katalonien rundfahrt wenn euch meine videos gefallen und ihr mich gerne unterstützen möchtet dann liked doch gerne meine videos abonniert den kanal und aktiviert die benachrichtigung um keines meiner videos zu verpassen nun springen wir aber rein ins rennen für uns sind hier heute am start dimitri kleist giacomo nizzolo lukas wiesnowski simon clark victor kampenaz michael google und robert power wir kommen jetzt so langsam in die interessante phase dieses renns denn die ausreißergruppe vorne fährt die jetzt in den eikenberg rein knapp 65 kilometer vorm ziel vorne ist eine zehnköpfige ausreißergruppe wo jetzt aber bis dato noch keine wirklich großen namen vorhanden sind aber ich gehe davon aus dass es gleich in den nächsten anstiegen auch im hauptfeld die ein oder andere namenhafte attacke geben wird ich habe hier leider gerade das problem dass wiesnowski zwar vorne ist aber meine anderen fahrer hier als zweiter in der kette victor kampenaz leider ja davon abgetrennt ist und oh jetzt müssen wir hier mächtig aufpassen dass wir nicht den anschluss verlieren die ist nämlich nur noch hoch und runter vorne ist das peloton jetzt eine 25 mann große gruppe wo von uns nur lukas wiesnowski drin ist wir fahren nun rein in den talienberg und victor kampenaz hatte jetzt mit einem kraftakt das loch wieder zugefahren aber auf diesen schmalen kopfsteinpflasterpassaden ist es natürlich ja nahezu unmöglich nach vorne zu fahren deswegen hoffe ich mal dass wir danach jetzt die chance nutzen damit ich meine fahrer vorne platzieren kann die besten fahrer unsererseits für den heutigen tag werden wahrscheinlich dimitri kleiss oder simon clark sein je nachdem wie das rennen gefahren wird wird es vermutlich dazu kommen dass es nachher einen sprint aus einer reduzierten gruppe heraus gibt und da ist natürlich simon clark auch eine gute option wenn giacomo nizolo nicht mehr folgen kann da hier noch beispielsweise der ode quaremont ansteht und da weiß ich nicht ob nizolo da in attacken der top leute von die könig alpecin oder ineos folgen kann so jetzt gehen es rein in den paterberg muss jetzt jemand mit dimitri kleiss eigentlich übernehmen denn victor campenaz ist schon am ende seiner kräfte hier seht ihr 16 prozent steil kleiss wird hier gerade sehr schlecht weggeblockt positionierung ist hier eigentlich echt alles und da sind wir leider gerade etwas hinten dran kleiss hat sich da blöderweise weg blocken lassen und jetzt brauchen wir richtig viel energie um wieder nach vorne zu fahren in die elite gruppe ich glaube das versaut uns hier das tagesergebnis gerade kräftig der nächste anstieg jetzt sind wir im ode quaremont wiesnowski vielleicht da wird man aber auch rechts und links hier geblockt das ist unfassbar wir haben nur noch wiesnowski und simon clark ich muss jetzt alles versuchen hier mit simon clark 33 kilometer vorm ziel um nicht komplett hinten dran zu sein vor uns haben wir jetzt hier wirklich einige leute aber scheiße klar kann auch nicht mehr ich muss jetzt hoffen dass ich hier verbündete finde in der gruppe die mit uns zusammenarbeiten möchten nächster anstieg jetzt geht's den knottgeberg hoch und wellens und tschüss kommen hier jetzt von hinten angeschossen und bahnen sich ihren weg nach vorne das ist jetzt da richtig ja der letzte richtig schwere anstieg aber ja für uns wird das heute kein gutes tagesergebnis am ende seilen so viel steht jetzt schon mal fest denn wir blicken mal hier auf die situation vorne haben wir jetzt wenn moskon wieder eingeholt wird eine neunköpfige spitzengruppe dahinter vier verfolger mit tschüss und wellens und dann die gruppe um simon clark also ja mehr als eine top 20 platzierung ist hier wohl leider nicht machbar dylan van baale hat sich hier alleine abgesetzt und wird wahrscheinlich als solosieger ins ziel kommen während van der poel und stieber hier in der verfolgung sind ja dylan van baale gewinnt vor van der poel und tschüss ich versuche jetzt nochmal sorry fürs unkontrollierte springen aber versucht noch das beste mit klark herauszuholen am ende ist ja hier noch der stärkste in dieser großen gruppe verpasst leider knapp die top ten elfter platz hätte ich jetzt ehrlich gesagt gerade schlimmer erwartet aber ja alles in allem bin ich da leider enttäuscht dass wir nicht in der top gruppe mitfahren konnten und landen somit nur auf dem elften rang ein kurzer blick hier aus tableau e3 saxobank classic doppelsieg für die niederlande van baale vor van der poel und tschüss weitere plätze in den top ten sind steuwen maduas anmarke moskon askren stieber und christdorf simon clark wie gesagt auf dem elften rang weiter wird wie sie auf ski auf dem 30 rang zum glück für uns war das jetzt kein sponsoren ziel die nächsten ziele die anstehen dafür benötigen wir erstmal immer einen top ten rang bei den klassiker und deswegen sollte das von nun an unser ziel sein mindestens dies immer zu erreichen demnächst geht es dann erst einmal mit dem nächsten sponsoren ziel ronde van flanderen weiter am vierten vierten heute fahren wir auch noch die letzten drei etappen der katalonien rundfahrt um diese abzuschließen in der gesamtwertung spielen wir hier keine rolle da hier ein komplett team am start ist aber ich würde ganz gerne noch mal versuchen mit letterern wie enao oder fabio aru hier ja ein möglichst gutes resultat zu erzielen wahrscheinlich eher aus einer ausreißergruppe da mal unser glück versuchen dieses profil könnte vielleicht eine gute chance dafür bieten leider wurde es uns nicht gegönnt noch weitere fahrer oder auch bessere bergfahrer vor allem in die ausreißergruppe zu bringen ich hätte ganz gerne noch kilian frankini hier vorne mit dabei gehabt im endeffekt haben wir nun eine siebenköpfige ausreißergruppe wo wir bennett von uns platziert haben der hat immerhin eine sehr gute tagesform also auch virtuell einen 83 berg mal schauen ich bin zwar skeptisch dass die gruppe durchkommt aber für den schlussanstieg haben wir auf jeden fall mit enao frankini und vor allem fabio aru heute mit top form noch eine option je nachdem wie die gc leute diese etappe so fahren aber werde ich definitiv am letzten berg noch mal attackieren falls ihr euch hier übrigens fragt macht sinn dass wir in der ausreißergruppe um die bergpunkte mit sprinten bin jetzt glaube ich gerade mit schlauen bennett zweiter geworden aber ihr seht hier das ist überhaupt nicht relevant also enric mass hat hier schon so viele punkte und auch andere gc leute da werden wir in den verbleibenden etappen nicht mehr vorne rankommen auch wenn bennett hier schon ein paar punkte zuvor mal durch ausreißer ausreißversuche gesammelt hat wir befinden uns jetzt im letzten anstieg des tages und zwar ist das der port de mozart ja die ausreißer werden nun vom feld wieder eingeholt und wir schauen mal roglic fährt hier vorne schon rum wie sich das ganze jetzt entwickelt das tempo ist hier wahnsinnig hoch aktuell fabio aru ist leider ziemlich weit hinten muss ich sagen aber kilian frankini macht hier noch eine gar nicht so schlechte figur allerdings ist die ki hier so am tempo bolzen dass ich gerade nicht dazu komme nach vorne zu fahren um zu attackieren also das wird wohl tatsächlich ein sprint am ende werden hätte ich auch nicht gedacht gleich geht es natürlich noch längere zeit bergab das ist dann zu dem sprint kommt wenn jetzt hier meine leute noch in der lage sind zu folgen das tempo ist so hoch ich werde jetzt hier leider position und position verlieren schauen mal ob wir uns noch über die kuppel rüber schleppen können wir haben es jetzt tatsächlich geschafft uns hier rüber zu schleppen ja wenn noch mehr energie vorhanden wäre hätte ich gesagt könnten wir jetzt auch wunderbar eine abfahrt mit fabio aru mal versuchen zu attackieren aber ja hier gibt es jetzt diverse andere attacken dann wird es wahrscheinlich doch keinen sprint geben sondern das rennen wird hier in der abfahrt entschieden aber wir haben wirklich keine chance mehr da irgendwas auszurichten leider ja die attacken werden hier eigentlich alle nacheinander neutralisiert so dass sich da auch keiner absetzen konnte ich versuche jetzt einfach auf den letzten metern hier noch zu sprinten der etappensieg geht an david goddü vor pogacá ja pogacá und badé primos roglic spielt vierter und ja am ende landen wir mit enau auf platz 15 und frankini auf platz 19 ja schade ich dachte bei der guten tagesform könnte da auch ein bisschen mehr drin sein aber ja mit diesem squat ist leider nicht allzu viel zu reißen derzeit ich habe hier jetzt noch mal gerade ein paar weitere fahrer auf die scouting liste gesetzt die passen jetzt zwar von der region her nicht zu kubeka assos finde ich persönlich aber ganz interessant und zwar lorenzo fortunato ide schelling und jannik steimle sowie noch des weiteren die deutschen fahrer juri hollmann jonas rutsch und den norweger rasmus tiller außerdem hat sich der liebe volley r1 noch felix gall als weiteren österreicher im team gewünscht er hat leider noch ein jahr länger vertrag aber scouting kann ich den ja trotzdem auf jeden fall schon einmal und auch auf die liste setzen so dass wir uns dann ja im nächsten jahr darum kümmern können ihn dann möglicherweise zu verpflichten weiter geht's mit etappe 6 der katalonien rundfahrt insgesamt relativ flach so dass es hier wohl einen sprint geben wird sprint technisch sind wir hier relativ limitiert und können nur auf carlos barbero und matteo pelucci zurückgreifen und schauen wie wir da einfach am ende mit abschneiden werden ich rechne jedoch nicht mit einem etappen sieg und rein geht es in die vorbereitung zu dem von mir erwarteten sprint wir bahnen uns jetzt hier gerade auf der linken seite einen weg wo ist barbero moment wo ist carlos barbero ach du scheiße barbero hier heute mit einer plus vier tages form macht hier gerade irgendwie nickerchen und kann das hinterrad seiner teammates nicht halten ja vergessen wir ihn und konzentrieren uns jetzt auf die sprint anfahrt ich muss hier jetzt schon früh rausgehen aber wir haben mit pelucci einen gar nicht so schlechten sprinter pelucci hier gegen moskau da war tatsächlich sogar ein etappensieg möglich denn ja die anzahl an sprintern bei dieser spanischen rundfahrt hier ist sehr begrenzt dahinter kommen dann schon ja die see leute wie bogat charoglic und co elucci wird hier leider knapp zweiter john bennett dritter ich bin mir sicher wenn die sprint anfahrt komplett funktioniert hätte hätte barbero hier mit einer plus vier tages form easy zum etappensieg sprinten können nun steht aber erst einmal der nächste klassiker an und zwar geht es über 249 kilometer von gendt nach webelgrim mit den folgenden fahrern zu nennen ist hier sicherlich in erster linie unser leader giaco monizolo denn wir gehen schon davon aus dass es hier zu einem sprint am ende kommen wird noch 48 kilometer bis zum ziel und das meiste haben wir jetzt hier bei gendt webelgrim schon hinter uns bislang konnten die kurzen anstiege oder die kopfsteinpflaster passagen wie von mir erwartet nicht dazu führen dass hier eine großartige selektion herbeigeführt wurde das peloton ist zwar durchaus immer sehr in die länge gezogen jetzt in diesen bereichen aber es gab noch keine wirklichen risse im feld oder auch keine namenhaften attacken vielleicht folgt das jetzt noch mal bei den letzten beiden steigungen barneberg und dem kemmelberg danach haben wir dann noch ja über 30 kilometer lach bis ins ziel wenn sich da nicht gleich noch mal jemand entscheidend absetzen kann wird es hier auch zu einem massensprint am ende kommen wir sind mit den wichtigsten fahrern hier noch gut platziert und ich erwarte mir auf jeden fall auf dieser etappe einiges von robert power und giaco monizolo vor allem rob power mit seiner plus vier tagesform und den ergebnissen die er in dieser season schon gezeigt hat ist hier durchaus ein kandidat für ein super ergebnis jetzt geht es hier aber rein in den barneberg wir schauen mal ob sie irgendwelche bewegungen im hauptfeld geben wird vorne haben wir noch drei ausreißer die jetzt aber von lucro eingeholt werden hier haben wir zum beispiel auch felix gall der war durchaus interessant den zu verpflichten wie ich zuvor schon angesprochen hatte das war jetzt der erste anstieg also wie ihr seht nicht so allzu viel passiert und jetzt hier auch beim kemmelberg wird es wohl nicht dazu kommen dass das feld auseinander geflückt wird habe jetzt hier mit google auch einfach mal ein bisschen angezogen in erster linie damit wir vorne platziert sind aber jetzt hier eigentlich nicht vor das tempo zu machen jetzt gibt es hier diverse attacken aber ich gehe eigentlich nicht davon aus dass hier jetzt noch irgendwie eine gewinnbringende attacke ziehen kann nämlich jetzt doch mal umentschieden und wollte hier mit den helfern die ich noch über habe und lamini ein bisschen das renngeschehen kontrollieren aber die schaffen es bei 99 einsatz gar nicht nach vorne zu fahren weil hier immer ständig attackiert wird immer noch ziemlich unruhe im feld inzwischen haben wir auch nur noch knapp 30 mann vorne christoph hört hier die verfolgergruppe an da ist schon ziemliches loch gerissen das werden die wohl nicht mehr schließen können kampenaz kann hier jetzt mal rausgehen ja meine fahrer sind auch nicht mehr so gut bei kräften aber ich denke ich habe hoffentlich noch genügend reserven um hier am ende mit solo ja auf die zielgerade zu bringen diverse attacken ich muss jetzt hier nicht so schnell fahren ich will nur immer vorne platziert sein nächste attacke von dylan van baale ich möchte einfach alles beieinander halten und dann gleich einen schönen sprint anfahren für ni solo ich glaube das sieht hier durchaus sehr sehr gut aus vorne haben wir immer noch knapp dylan van baale aber da wenn wir jetzt das loch gleich glaube ich schließen power mit dem ziehe ich mal an hoffe wir sind da nicht zu spättern ni solo geht jetzt raus auf den letzten 700 und sprint gegen greipel das darf nicht wahr sein andré greipel gewinnt hier tatsächlich gern viel will gern ich was es nicht gegen unseren 80 80 sprinter jakomo ni solo wir waren so nah dran meiner meinung nach sehr schön angefahren ich hätte vielleicht etwas früher starten sollen aber hut ab starker sprint von andré und weiter platz für ni solo alles in allem super ergebnis aber wenn man so nah dran ist dann wollen wir natürlich auch den sieg erreichen hier seht ihr einmal das tagesergebnis rock power das hatte ich eben gar nicht mehr so recht mitbekommen landet auch noch auf einem achtbaren neunten platz somit zwei leute in den top ten sehr erfolgreich beim letzten rennen und wenn man mal schaut was ni solo in dieser saison bis dato schon an platzierung und siegen herausgefahren hat gut ab der man liefert auf jeden fall dermaßen ab letzte etappe der volta ciclista a catalonia und hier haben wir einen rundkurs in barcelona der nachher sechs mal über den gleichen anstieg führt dessen namen ich hier unmöglich aussprechen kann tut mir leid an die katalan aber wer den namen vernünftig aussprechen mag mir das gerne einmal mitteilen kommen wir aber zurück zum wichtigeren thema welcher unserer fahrer kann hier überhaupt etwas ausrichten im sprint haben wir uns ja zuletzt gar nicht so schlecht geschlagen aber das wird sicherlich deutlich zu schwer sein für unsere beiden sprinter barbeo ist da noch ein bisschen fitter aber ich vermute mal dass es hier an die besten bergfahrer gehen wird vielleicht mit einer guten tagesform an ja fabio aru oder john bennett hier noch mal was ausrichten hoffen wir mal aufs beste wir befinden uns nun 38 kilometer vorm ziel und sind gerade mitten in dem rundkurs unterwegs hier seht ihr jetzt auch kurz vor erreichen des gipfels von diesem kategorie 2 berg hat man hier steigungsprozente von sage und schreibe 17 prozent also das ist wirklich eine mörderische wand da bin ich echt skeptisch wie wir mit unseren leuten mitteilen können wenn hier gleich richtig die post abgeht aktuell fällt hier das hauptfeld ziemlich auseinander unterdessen sind hier immer noch ausreißer vorne mit groß schaden und chavez und im hauptfeld versuche ich bestmöglichst mit meinen vier fahrern hier mitzuhalten das finale der etappe wird definitiv zu schwer werden für barbero tenfield oder pelucci ohnehin haben wir noch immer zwei ausreißer die sind aber nur noch eine halbe minute gerade vorne und dann folgt das hauptfeld welches sich jetzt hier immer weiter ausdünnt bei mir sind hier nur noch genau und aru einigermaßen bei kräften und wir haben noch zweimal die überfahrt des anstiegs hier inzwischen besteht das peloton auch nur noch aus 21 fahrern das heißt unsere beiden jungs halten hier schon wirklich mit den besten leuten heute mit attacke von michael woods mal schauen ob der sich hier entscheidend absetzen kann genau hat es noch mit letzter kraft hier über die kuppe geschafft da ist das feld noch mal gerissen wir haben vorne nur noch 13 leute beziehungsweise mit woods dann 14 insgesamt und wenn man mal aufs profil schaut dann kann man eigentlich auch davon ausgehen ja wer oben alleine idealerweise noch mit einer lücke über den gipfel geht der kann hier möglicherweise als solosieger ins ziel kommen und ja da wir hier im prinzip noch nichts gewonnen haben will ich natürlich auch mal versuchen mit fabio aru hier die initiative zu ergreifen dürfen zwar nicht überziehen aber ich würde ganz gerne mit aru hier wirklich schon chancen um auf den etappensieg haben letztendlich 99 mal noch bis oben das wird zu viel sein der geht gleich in luft auf aber das kann doch auch den anderen fahrern nicht großartig anders gehen woods ist hier in führung aru schafft es nicht ganz mehr mitzuhalten ist hier jetzt kurz hinter roglitz pelucci könnt ihr übrigens missachten der wird hier gerade überrundet reicht also nicht ganz für fabio aru wir verfolgen hier mal das geschehen der anderen und ja es sieht so aus als wenn mike woods hier eine entscheidende lücke gerissen hätte oder kommt pogacar da noch mal ran die sprint kurz wird auf den letzten metern überholt pogacar gewinnt und badee ach du schande was für ein ding am ende joa fabio aru landet auf einem achtbaren neunten platz spielt jetzt aber unter dem strich keine wirkliche rolle aber was hat denn michael woods da am ende gemacht und das ding total versemmelt das war's mit der katalonienrundfahrt zweimal recht knapp am etappensieg gescheitert sean bennett auf der ersten etappe dritter und auf der sechsten etappe waren wir im sprint ja mit bennett erneut dritter und pelucci zweiter knapp hinter giacomo mosca da war durchaus ein etappensieg möglich unter dem strich haben wir hier jedoch ja nicht wirklich was erreicht war aber jetzt bei dem teilnehmerfeld und den fahrern die wir am start hatten nicht weiter überraschend also kein allzu großes problem das war's für heute mit mr luke zock pro cycling manager 2021 in der nächsten folge werden wir uns dann in erster linie um die beiden klassiker der wassdorf landeren und ronde van landeren kümmern da freue ich mich schon wahnsinnig drauf und hoffe ihr schaltet auch dann wieder ein ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs zuschauen und würde mich auch freuen wenn ihr mich unterstützt und meinem kanal ein abo da lasst aktiviert auch gerne die glocke damit ihr keines meiner videos verpasst und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch über eure daumen nach oben für die videos kommentiert doch auch einfach gerne mal unten im kommentarbereich wie euch das team qbk asos bislang gefällt und was ihr euch die zukünftigen rennen hier gerne wünscht in dem sinne macht's gut und bis zum nächsten mal ciao